Hallo und willkommen zu Luke, zu einer neuen Dunde, kill the Traitors. Traitors are so me. Accept me. I kill them all, when they are Traitors. Im Beifel ist es immer Yoda. Warum glaubst du dann? Hallo? Oh, ich mach ein Kunstwerk aus Vanitas. Ja, aus der Wand hinter ihm. Mach ihn wunderschön. Oh, ziemlich nice. So schön wie er noch nie war. Jetzt bist du dran. Da ein bisschen, da... Da. Glaubst du den Tast, um langsam zu laufen? Shift, also wohl gedockt gehen halt. Ja genau. Das ist nicht alles. Oh, ich hab grad noch ein bisschen. Bisschen, die war guter. Ne, ich hab auch ein bisschen... Das sieht jetzt nicht so aus wie in Gesicht. Da hast du das Auge. Ohhh, mein Mähmäh, der. Oh no! Oh no, oh no, I kill you, Headshow. Oh no, oh, eat the grenade. Bleib da. Oh, die Granate. Hälfte dich. Sirena hat voll weit weggeflogen. Oh no, run away! Joda, drück den Tester. Wo denn? Wo? Da? Habs gedrückt, den Tester. Wo ist der Tester? Der Tomberstraße. Wo seid ihr? Welche Straße? Joda, ist der Feind. Achso, ich dachte du wärst es. Ah was, ich dachte du wärst tot. Ich hab nie mehr gesehen. Achso, darf der andere Tester auch mal was machen. Genug getan heute. Mein Sollte ist erfüllt. Hallo? Damit mein ich dich, Eggnox. Ah. Warum versuchst du mich immer umzubringen? Wer lebt noch? War der Afgatsputin? Hallo? Du wolltest? Niemand da? So niemassen! Bin ich jetzt alleine? Nein, Eggnox, mein Mitraider liegt da. Waaah! Warst du böse? Nein! Doch! Ha! Da hab ich wohl daneben geschossen. Hast nur mal Glück gehabt, Eggnox. Komm raus, komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Also, Vanitas lebt noch. Hab ich das vorhin richtig mitbekommen? Eggnox lebt noch. Mhm. Ja, Vanitas hab ja so ein Leben gerissen. Eggnox und Vanitas. Nein, Vanitas hab ich tot gemacht. Okay. Joda ist der andere Traitor, der lebt hier oder noch? No, I'm not a Traitor. Eggnox ist der Traitor. Ja, deswegen hab ich Vanitas getötet. Richtig. Fuck, ich bin glaube ich Suicided. Okay. Ich bin auch Suicided. Da wollte ich an die Leiter. Das ist mir auch passiert, ich bin auch runtergefallen. Nur weil ich Eggnox verfehlt habe, obwohl ich voll drauf war. Eggnox hat gewonnen, ganz easy. Eggnox hat gewonnen, ganz easy. Du hast den Traitor-Tester gedrückt, oder? Eggnox. Töte das Auto. Oh, der hat aber ganz schön schnell den Film durchgeguckt. Vielleicht hat er das bei sich einfach nur umbelannt, oder? Wurde es doch nicht auch falsch angezeigt? Wenn ich Guild Wars 2 über Steam starte, kommt auch My Little Pony-Friendzone. Was? Vanitas, Vanitas. Wie so bist du im Dunkeln? Vanitas ist so der Traitor. Oh, ich glaube ich hab noch keine Settings eingemacht. Nein. Ich fand das damals ganz lustig. Nein. Oh, so viele Sniper-Waffen. I don't want Sniper-Waffen. Vanitas, bist du da? Ja. Ich leg das Handy schnell weg. Und... Eggnox, Eggnox, Eggnox. Spala! Run away, Spala! Warte mal, warte mal! Oh no, Spala! Könnt ihr mich mal leben lassen? Möchte ich noch meine Texturfehler auf der Map sind auch weg. Oh, ist doch gut. Ich will mal kurz aufkommen. Können wir ja vielleicht noch die anderen Maps ausprobieren. Weil ich nämlich... Normalerweise hab ich immer dieses Ding, wo man hoch und runter flog. Das Ding fliegt doch eh gleich in die Duft. Oh ja! 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 Ich seh den Schrank! Oh mein Gott! Hey, Knox! Klickt hier drauf! Klickt hier drauf! Klickt da drauf! Da drauf drückt! Okay, Senador ist innocent! Deinen Rest können wir erschießen! Toll! I'm friendly! Senador, me and Spala, are innocent! Let down, Senador! Hilfe! Ich wurde doch getestet, Junge! Yoda ist noch freundlich! Senador ist auch freundlich! Was mit Vanitas? Vanitas dürfte erschießen! Erschieß den! Erschieß den! Schmeiß die Waffe weg! Schmeiß die Waffe weg, Vanitas! Schmeiß die Waffe hin! Schmeiß die Waffe weg, Vanitas! Schmeiß die Waffe hin! Schmeiß die Waffe hin! Ich seh den Schrank! Ich seh den Schrank! Ich seh den Schrank! Oh mein Gott! Ich kann mich hier bewegen! Oh mein Gott! So schön! Oh mein Gott! Ist mir zu faul hier! Gleich kommt hier so ein Zehner-Bumm-Bumm-Dinger! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so geil! Das ist so schön! Gleich kommt Vance und kommt mit seinem Wrecking Ball! Oh mein Gott! Ist das ein schiller Tag! Ist das ein schiller Tag! Ich versteck mich hinter dem Lopper! Ich bin so fröhlich! Ich seh auch hier diese... Spalla, don't trust anyone! Run away! Run away! Ist das schön! Ich bin so glücklich! Oh! Hier liegt eine Bombe! Sputti! Wenn du wüsstest, was war ich Bedürfnis? Ich hab grad abzelt! Hier liegt eine Bombe, die noch 1 Minute 40 geht! Und ich nehme den Orangendraht! Dreh! Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin voll so aufgeraht! I'm so happy! Nein! Wo ist der Traitor? Was ist der Traitor? Wer lebt denn hier überhaupt noch? Wer lebt noch? Ich hab keine Probleme! Das Leben ist so schön! Wir sind hier so... Schrankdänzer! Wir schießen hier noch ganz alle nicht so frei! Ganz ehrlich? Ich hab diesen Schrank nicht gesehen! Nur, dass hier eine Videokassette schwebt! Und ich wusste, bis zur Videokassette kann ich gehen, aber nicht weiter! Wer war jetzt nochmal sicher kein Traitor? Yoda und Selnador, aber Yoda ist tot! Ne, Selnador ist getestet! Ich wurde getestet! Ja, sicher kein Traitor! Also, nur noch Sputti! Und... 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 Warte mal, der Traitor hat eine Bombeflasche! Ja! Hier, das Ding konnte ich übrigens auch nicht sehen! Oh mein Gott, ist das schön! Das ist so cool! Ah! Wann ich denn jetzt gelandet? Dieser ungewählte Freund ist niedlich! Ja, ganz ehrlich, wenn du bisher nur mit Texturfehler gespielt hast, als freust du dich, ohne Textur später spielen zu können! Hallo! Ja, trotzdem! Es ist putzig! Curse unhappy! Ich könnte vor Freude Eggnux! Oh, wer schießt da? Oh, Blups da! Ne, Eggnux! Ich hab... Ich hab geschossen! Eggnux! Achso, so! Eggnux hat eine Waffe! Das ist nicht Eggnux! Nein, es ist nicht Eggnux! Ich hab Angst verbunden! Du bist schon... Wieder geschossen! Ja, es ist Eggnux! Stötet den Faggot! Nein, es ist nicht! Es ist Blupster! Wer ist es jetzt? Hey! Sorry! Wer lebt denn noch? Ja, jetzt frag ich mich auch! Wer lebt denn noch? Ach, hey, du bist safe! Wer lebt denn noch? Ja, ich lebe noch! Und Sputti lebt noch! Sputti ist down! Jetzt Sputti ist down! Ja, ihr müsst ihr auch confirm, Jungs! Mit dir wisst, wer noch lebt! Ja! Ich mach trotzdem weiter! Because I'm happy! Wo, 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 wo! Wir können andere Fans spielen! Oh mein Gott! Wo ist das? Da ist Xhermon! Wow! Hey, schieß dich auf mich! Danke sehr! Xhermon hat mich umgebracht! Es war nicht der Orangener Draht! Nein, was nicht! Wie funktioniert jetzt diese Dubsack-Kanone? Ich bekomme die einfach ein wenig hin! Mit Mausrad kannst du sie an! Ganz einigfach fliegen! Ja, aber ich hab da wirklich geschossen, es passiert ja nichts! Ah, Spalla ist mal endlich! Warum hat er noch nicht geschossen? Warum hat er noch nicht geschossen? Weil... Ja, ich muss nur einmal drücken! Erstens dachte ich, dass du der Letzte wärst! Also Spalla hat auch mich erschossen! Du hast blutigen Mund-Eggnox! Trotzdem hab ich nur 66 Karma verloren! Alles tutti! Spalla? Mach keinen Unsinn! Innocent! Ich mach Unsinn! Ich fütte euch alle! Thomas, du hast ja meine Bombe gefunden, oder? Ja! Ja, das war... Das war gut! Spalla! Mit Tech-Dirn! I kill you! Ich lag aber auch ganz schön kacke! Was wolltest du denn da bitte treffen? Außer mich! Ich wollte ihn einfach nur ablenken! Wo ist Blubster? Wo ist Blubster? Da unten ist Blubster! Blubster! Blubster, teste uns! Blubster, teste uns! Blubster, teste uns! Ich will mit dem Polizei auch nur fahren! Ich will mit dem Polizei auch nur fahren! Blubster, teste mich! Teste uns, dann weißt du, dass du Verbündete hast! Die beschützen dich! Da oben läuft wie Axe, Hermann läuft da oben! Hier oben ist ne Bombe unterm Auto! Unterm Auto ist ne Bombe oben! Okay, das war auf jeden Fall nichts Sinn der Leute, die Bombe gehört hat! Wir sind auch beide... Wartet! Lass mich das Ding anfassen! Wartet da oben, schießt jemand! Du wurdest besniped! Von... Ähm... Warte... Also wir vier sind gute Buddys hier! Eggnog, Sinner, Dolubster und ich! Weg her! Weg her! Von wo weg? Vom Dach! Vom Schrank! Dach! Dachs Schrank! Dach des Schrankes! Xermon, komm! Ja, wir töten Xermon! Ich weiß nicht! Ich hab sie nur gefunden! Also wir vier sind safe! Wieso seid ihr vier safe? Und wieso bin ich denn nicht safe? Weil wir getestet haben! Ja? Dann bin ich innocent! Wer lebt denn noch sonst noch? Ja Yoda! I'm innocent! Ich bin auch vom Dach gelaufen! Ja wo bist du denn? Ich bin im Schrank! Was ist der einzige der fehlt? I'm in der Schrank! Yoda, was ist sein? Hört mich Yoda! Ich... Ich trau Xermon nicht! Wieso? Wieso? Ich bin innocent! Na Yoda möchte sterben! Ich schieß weh nach! Ich kann sich die Kippsat erschießen, aber ich tue es nicht! Wenn ich sterbe, ist es Xermon! Jetzt beginn ich Selbstmord! Nein 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 nein! Wie konntest du doch überleben? Nein! Nein! Fuck! Fuck! BASE CANNON BASE CANNON BASE CANNON BASE CANNON! He killed him! Klubstar ist tot! Der wurde weggeslimed! Bogen! Das war ein Traitor! Ich bin kein 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 Traitor! Schilder du auch auf mich zu schießt! Ich bin kein Traitor! Aber da schießt dir dann auf mich! Was soll das? Weil da hinten einer weggesnaped wurde und du so schön offen im Schrank saßt! Mit gutem Blick! Wo wurde weggesnackt! Wo wurde weggesnackt? Nein! We können gleich eine Map wählen, die ich noch nicht spielen konnte! Nein! Können wir machen in der nächsten... Stimmt, jetzt explodiert Sinador, es gibt ihn noch, Xamon, wir können ihn eigentlich töten Oh Sinador Sinador, töt ihn einfach, wir sind die letzten beiden Töt ihn, Xamador, töt ihn Jetzt seid Yoda und Sinador leben noch Töt ihn, Sinador Und ihr seid beide Traitors Nein Ich dachte, er wär getraitor-tested Ja Nein Ich wusste, dass du hier irgendwo im Schrank bist, musst du dich nur suchen Fick dich, Spaller Warum? Hat Spaller die Daps denn scheiße gezündet? Ja Ja, und dann hat er drei Leute umgebracht Ihr seid so damnig Das war voll unfreund... Ja, ich nur, dass du mich umgebracht hast, du hast es auch doch unfreundlich getan Ich hab's unfreundlich gemacht, warum? Wisst ihr eigentlich das, wenn ihr, wenn ihr Tab drückt und dann Mauszeiger auf einen, könnt ihr da so Sachen angeben, wenn er tot ist, könnt ihr glaub ich die Sachen nachgucken Achso Ja ja, hab ich auch schon gemacht Habe ich jetzt das bemerkt Ich hab' jetzt das bemerkt Okay, wir sind E oder Kann's da hinfliegen und E drücken Gut zu wissen Ich bin innocent Kann ich angeben, dass Spaller schon für mich kill ist Vanitas Boah, der erste ist schon tot Wer ist tot? Confirm ihn Der Detective ist tot Ist er gefallen oder gestorben? Ich hätte keine Waffe, ich würde nicht nur, dass es so leh Oh, der steht auf dem Auf einer Waffe Äh, ne, er wurde gesniped Waffe Steht da wen er gesehen hat? Wir leuchten da oben Er hat nicht gesehen, er hat keinen mehr gesehen Wo liegt denn der? Wo liegt denn der? Wo liegt denn der? Er liegt unten Aber er könnte vom, er könnte vom Schrank gefallen sein, wenn er geschossen wurde und dann runtergefallen ist Wenn er gehatchelt würde, kann ich glaube, ist er nicht gefallen Vorsicht, Eknox-Kronate Wow Boah Ich werde dich bestatten, Vanitas Geh weg da, Eknox Okay Okay, wer bleibt denn da? Jemand wollte mich gerade anscheinend weglasern Xam und Bloopster oder Senna Eknox und ich neben auch noch Ja, aber ich vertraue mich So bleiben Xam und Bloopster oder Senna Warum vertraust du Sputti? Der ist wahnsinnig Nee, ich war die ganze Zeit mit Yoda unterwegs, ich war weder der Sniper noch der Bombeleger Ich wurde gerade angelasert Das ist nicht okay Ich traue mich nicht draußen rumzulaufen Faddle wohnt wo sie entstand, not time to scream und wir sind Irgendwo Snipe schon wieder, Van vom Dach oder so, vom Schrank Oh ja, ich höre Schlüssel 35 Ich bin schon wieder, Van Au ja, ich wurde angeschossen Parkhehe Also ich kanns nicht sein der Trailer schießt auf mich Wir können den Beekind bestimmen, ich bin in das Haus weggelaufen Das kann nur aus dem Schrank Ja, es kommt viens vom Schrank ganz oben Lobster schießt auf mich. Der ist oben auf dem Schrank. Ja, der ist Lobster. Lobster ist down. Bleibt noch Xamon oder Spalla. Das hört sich nach Spalla an. Bleibt ihr noch rot? Ich bin doch. Der Knox? Der Knox? Ja. Sollte nicht gucken ob Jona noch lebt. Ich lebe noch. Ist es Xamon oder Spalla? Nein. Fuck. Verletzt weil ihr scheiß Leiter nicht funktioniert hat. Spalla ist ganz unten. Ja, da unten ist jemand. Neben dem Bett bei der Straße. Was geht da bei euch oben? Das ist Spalla. Wieso sollte ich das sein? Wer hat dich getötet, Spalla? Wer hat dich getötet, Spalla? Weiß ich nicht. Eck noch. Ich hab so viel Glück, ich wurde zweimal vom Sniper angeschossen, war runter auf neun Leben. Und du schaffst es. Und du schaffst es. Und du schaffst es mich einmal anzuhicken und mich auf ein Leben runter zu bringen, Spalla. Das ist eine coole Sache. Der Knox hat mich zweimal verfehlt. Der Knox hat mich zweimal verfehlt. Der Knox hat mich zweimal verfehlt. Ich bin ein Detektiv. Ich bin ein Detektiv. Ich komme um das Bett zu entflussen. Wer hat das? War ich das? Oh, Granatenspam, Granatenspam. Oh, irgendwie hatten wir Schaden gemacht. Ich bin mit Feuergranaten. Oh, fuck. Ich hab dich gerettet, Xaymon, du stand zum Feuer. Danke. Oh, hier ist irgendwas explodiert. Alter, ich bin wieder runter. Ah, ach! Ah, lass uns hier raus. Warte, wer war das? Wer war das? Wer war das? Er hat uns beide vergewandt. Eck noch, da ist ne Leiche bei dir. Ich weiß, aber bevor du auf mich schießt, guck ich lieber, dass du da auf mich schießt. Mir ist runtergefallen. Wer liegt denn da, äh, Erknox? Sputti. Detektiv. Sputti. Ich war's aber nicht. Also, warte mal, der Tier ist so gefreut. Oh, Vanitas! Vanitas! Dann, als müsste es vom Schrank gekommen sein, wenn er so liegt. Hermann, warum hast du deine Wache weggeschmissen? Hm? Weil ich mir eine andere genommen hab. Vanitas ist auf jeden Fall einer. Nehmen wir mal die. Also... Er ist da. Xermann. Er hat seine Wache weggeschmissen, um den Sniper zu nehmen. Ja, und deswegen laufe ich auf euch zu, um euch aus der Nähe zu snipern. Klingt logisch. Ja, du möchtest, dass wir das denken, und dann, wenn wir weg sind, wir laufen, schießt du uns in den Rücken. Wer ist eigentlich Warnitas? Warnitas! Warnitas! Das ist Erknox. Würdet lieber erstmal den offensichtlichen... Ich? Wer ist denn der offensichtliche? Warnitas! Leck nicht! Sicher! Hey! Aufhören! Warnitas! 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 Ich will's jetzt noch nicht sagen, aber du bist eigentlich verboten! Will's nicht sagen, aber du bist eigentlich verboten! Will's nicht sagen, aber du bist eigentlich verboten! Warnitas! Warum, Yoda? Warum? Besser ist! Weil... Ja, bist du's nicht immer. Ich bin da durch, trau dir. Hier, ich dreh dir den Rücken zu und drück ihn gegen dich. Was? Hier. Was? Was? Was denn? Was willst du von mir, Mann? Er will, dass du ihn vergewaltigst! Den will... Den will ich nicht! Der ist haarig im Po! Warnitas! Ja, fuck! Geh weg, du kranker Mensch! Weit, weit weg! Eck Nox! Komm, soll du dich erscheinen? Warum schießt du denn noch mal? Ihr wisst ja jetzt! Ich hab noch gefragt! Entschuldigung, ich wusste nicht, dass die verboten ist! Warnitas! Warnitas hat mich das! Jetzt wisst ihr! Ja, jetzt weiß ich's. Tut mir leid! Warnitas hat mich einfach... Es gibt eine normale AWP, glaub ich, die ihr kaufen könnt. Wenn du noch halb so viel Schaden bist! Ja, es ging um Silenced! Es ging um Silenced!